Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Suck and Wicky, der Schatz von Barbaros, German von mir, Welcome to Yoshi Dando. Wir sind noch immer hier an dieser Stelle mit dem Fisch und ich habe schon mal wieder ein bisschen weiter gemacht, nämlich schon mal ein bisschen den Fisch präpariert. Das bedeutet, wir haben jetzt schon mal den Fisch nur noch auf 3000 Lebenspunkte, hatte ich den nicht gerade noch auf 2000 gehabt, mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja trotzdem down, jetzt machen wir die Angel runter, danke bitte, Spiel. Dann spielt er noch gerne hier ein bisschen Steuerungsprobleme, beziehungsweise erkennt es manchmal nicht so ganz richtig, aber okay, passiert dann halt. So, jetzt haben wir hier ein bisschen, erkennt es schon wieder nicht, ich könnte schon wieder, guck mal, erkennt es einfach nicht, das ist doch einfach doof. Komm schon. Okay, ja, halt, halt, ja, wunderbar, toll. Ich habe das dann gerade gemacht, ich hatte gerade irgendwie eine gute Taktik gehabt. Ja, ja, toll. Komm schon. Ah, wieso geht man gerade wieder nicht? Ah, so zum Kotzen. So, zwei, nur 1400, hatte er? Komm schon. Ah, der kriegt ja auch welche dazu, weil halt stimmt ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, komm schon, die 400 Punkte. Ah, ja gut, dann machen wir es halt nochmal zusammen. Also, wir gehen nochmal runter. Falls die Leute den letzten Part nicht geschaut haben, können wir aber gerne alles zusammen gemeinsam tun. Für mich ist der letzte Part auch schon wieder ein bisschen her, beziehungsweise drei Wochen so ungefähr. Und falls im Hintergrund irgendwas Lautes hört, heute ist Silvester, also bitte ich dann, dies zu entschuldigen. Ähm, man ist ja wohl irgendwie gerne schon dazu, verneigt vor 12 Uhr hier zu ballern, aber okay, gut. Also, wir möchten natürlich wieder runterrutschen, die Rutsche. Yay, hey, hey. So. Also, wir gehen wieder zur Angel. Wir tun den Regenwurm dahin. Komm schon. Ja, komm, komm schon. Guck mal, das ist doch hier perfekt. Warum sagt das mir einfach nö? Hier, hallo, das ist perfekt, Spiel. Komm schon, danke schön. Vielleicht soll ich auch mal die Fernlehnung weg tun von meiner, äh, Sensorleiste. Könnte vielleicht auch noch damit zu tun haben, aber guck, den Fisch kriegen wir jetzt auf jeden Fall. Außer der hat Leben regeneriert. Wie sagt der 1400? Bisschen verarscht. Ach, egal. Na gut, da kriegen wir schon hin, die 1400. Das schaffen wir. So, komm her, komm. Fischi, 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 Fischi. Komm, Fischi, Fischi. Und jetzt hier. Ah, da, 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 da. Ah, erkennt es irgendwie manchmal nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, warum. Nur noch 400 Punkte, komm. Ach, komm schon. Natürlich, jetzt in der bösen Halszone mache ich es wieder, ne? Oh. Ich hasse diesen Fisch. Boah. Ey. Ja, schön. Ich krieg das nicht hin, der erkennt das einfach nicht. Halt, so. Jetzt alles gegen, komm, 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 komm. Ja. Haben wir doch jetzt, oder? Oder hat er den nochmal abgerissen? Er ist abgerissen. Ich hasse mein Leben. Boah, der Fisch geht mir so auf den Keks, weil die Steuerung nicht hinhaut. Boah. Er ist so zum Kotzen. Boah, mach hinne. Mann, ey. Das ist echt ein schönes Spiel, aber die Steuerung haut einfach nicht hin. Da kannst du, boah. Weiß ich, zu nach hinten passiert gar nichts auf dem Bildschirm. Und ich meine... Ach, egal. Oh. Nervig, dieser Fisch. Das ist richtig nervig. Boah, wir haben schon wieder fünf Minuten mit einem Scheißfisch hier, ey. Boah, ich hab da vorne irgendwie eigentlich 2000 Punkte von ihm runterbekommen. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich geschüttelt habe. Aber auf jeden Fall nicht so, wie das Spiel es will von mir. So. Komm runter damit. So. Ey, 1100, ja immerhin. Komm schon. Ich mach's genauso wie der Typ vor mir. Genauso halte ich das auch. Nur es klappt dann einfach nicht. So. Ich kann's ja nochmal begrenzt versuchen, wie der hat, macht der Typ. Na komm. Da, es wird, es wird einfach nicht erkannt. Da kann ich machen, weil ich will. Das wird einfach nicht erkannt. Ich mach's irgendwie mit einer anderen Technik. Aber die geht auch nicht immer richtig. So, halten. So. Jetzt holen wir den Fisch da raus. Kommt, 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 kommt. Ja, toll. Mann, ey. Jetzt hol doch mal den Fisch. Dankeschön. Oh, geil. Der Fisch ist eigentlich draußen. Meine Fresse. Gut gemacht, Boss. Ja. Meine Güte. Ja, komm, wir nehmen... Ach ja, wir haben kein Geld aus Säuern sammeln. Aber ich mach's lieber hier mit der Glocke. Was haben wir sie dann sonst auch? Komm schon. Geld, Geld, Geld. So. Okay. Jetzt haben wir den Fisch draußen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. Ähm. Das weiß ich nämlich noch gar nicht. Ha. Wie man ja schon erkannt hat. Ähm. Aber wenn ich das Spiel mal gespielt habe, äh, kann ich halt nicht mal in die Rätsel ändern. So. Aber wir können jetzt runtertauchen, ohne dass der Fisch uns frisst. Mal gucken, was gibt's da hier unten. Da unten ist ein blödes Spiel, weil auch nicht hinhaut. Hier haut gar nichts hin, wenn ich spiele. Das ist echt toll. Komm, geh da hin. Genau dahin. So. Genau. Halten. Können wir machen. Nein. Wieso? Hat er das jetzt losgelassen? So. So, wie muss ich das jetzt machen? Hochziehen. Komm schon. Oh, ziehen. Hochziehen. Ja, kommt schon. Hallo. Hochziehen. Ich halte so. Achso, ich muss einfach nur so halten, wie er das gemacht hat. Ja gut, von mir aus. So, und damit geht der Schlüssel nach oben, zu diesem wunderschönen Loch. Und den können wir uns jetzt schnappen. Gut gemacht, Boss. Ja, dankeschön. Komm, wir versuchen nochmal den Typen hier. Weil ich habe ja mal die Bedienungsanleitung durchgelesen, die es ja hier gibt bei den Video-Downloads spielen, wo die eingescannt worden ist. Hallo. Ah, ja, ich muss ja so machen. Salap. So, komm her, hier. So, ich mache es jetzt mal so, wie es in der Bedienungsanleitung steht. Nämlich. Wie man sieht, es klappt einfach nicht. Alter, so zum Kotz mit. Ich frage mich, was das für eine Musik ist. Aber ist mir egal, das klappt eh nicht. Da kann ich machen, weil ich will. Ich hau schon richtig. Aber ich kenne manchmal auch gar nichts. Manchmal kenne ich da zu viel. So, jetzt geht dann auf einmal wieder lustigerweise. Oder auch nicht? Keine Ahnung. Komm, weg mit dir. Nein, bla bla bla. Schüttel, leck mich doch mal. Hier, so. Ich gehe jetzt meinen Schlüssel holen. Dann machen wir mal die Steuerung mal richtig. Und dann komme ich nochmal zu dir. Und falls ihr das Spiel auch mal hattet, äh, wohl das ist ja eigentlich mehr so ein unbekanntes Spiel, glaube ich. Wohl, weiß ich gar nicht. Aber ihr könnt ja auch mal vielleicht mal mir sagen, ob es wirklich an mir liegt, dass ich zu dumm bin, das Ding richtig zu benutzen. Oder ob die Steuerung einfach nicht geht. So. Wir nehmen jetzt den Schlüssel nach oben. Wo müssen wir überhaupt mit dem Schlüssel jetzt hin? Warte mal. Wir müssen da hin. Okay. Wie kommen wir denn jetzt dahin, ist die Frage? Ah, dann machen wir. Äh. Ich kann zwar dahin tauchen, aber der Punkt mir ja nix. Oder kann ich den Stöpsel wieder ran machen? Ich glaube, ich muss den Stöpsel wieder ran machen, wenn das geht. Weiß ich gar nicht. Wir gucken mal. Wir lassen aber erstmal den Schlüssel hier oben. Ich hoffe, der bleibt da auch. Ja, dann nehmen wir den Stöpsel und dann gehen wir wieder rauf. Genau. Stöpsel. Oder rein den Stöpsel damit. Und reingestöpselt. So. Denn dadurch geht das Wasser jetzt hier wieder hoch. Und auf der anderen Seite ist das Wasser auch wieder höher. Ja, perfekt. Hauptsache, der andere bleibt immer noch Musik da unten. Yay. So. Okay. Dann nehmen wir den Schlüssel und tauchen. Los, tauchen. Du hast den Schlüssel aber mit, ne, Junge? Weil ich dich gerade nicht in der Animation gesehen habe. Okay, gut. So, dann tauchen wir runter. Wir tauchen runter. Ich möchte dahin, bitte. Verstehst du das? Nein, du verstehst das nicht gut. Dann, wenn wir halt einzeln hier den Weg dir zeigen. So. Lalalala. Wenigstens hat er unendlich Sauerstoff. Das ist schon mal sehr schön. Oh, ich wollte gerade sagen, kommen wir hier nicht raus. Aber doch, kommen wir. So, komm raus hier. So, jetzt hier Schlüssel einsetzen. Ja, perfekt. So, komm, drehen. Wunderbar. Und da ist unsere verdiente Schatztruhe. Boah, ich brauch den Fisch nie wieder sehen. Glaube ich. Oh, kam der nochmal vor? Ich hoffe nicht. Wie gut gemacht war's. Natürlich. So. Und dann holen wir uns mal die Truhe. Gib mir die Truhe. Ja, gib. So, und wir öffnen die Truhe. Und, unser nächster Schatz ist das Teil. Äh, wieder so ein Kompass. Abschnitt abgeschlossen. Obst du da noch Musik im Hintergrund? Voll lustig. Juhu. Das ist das Fernrohr des Abscheus. Oh, das ist wie schön, dass ich die Nährung hatte. Komm, mach schnell und setz mich wieder zusammen. Ja, ja. Machen wir. Bäm. Jetzt habe ich fünf Teile. Nee, schlecht gar nicht. Schlecht, mach weiter so. Das werden wir, mein Lieber. Das werden wir. Boah, dieses Level. Alter, steht der Fisch. Ach, der Fisch wieder. So. Dschungelruinen, der Wächter der Quelle. So. Wir haben keine Oralepuppe verwendet. Und wir sind alles sehr clever. Natürlich. So, gerade vor Gang läuft. So. Jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zum ersten Boss des Spiels. Und sowas gibt es hier natürlich auch. Und zwar, tja, es gibt noch eines, was ich will. In den Ruinen machen können. Und das ist hier die Mitte. Und das ist ein Boss. Nämlich der König des Dschungels. Und das ist, äh, nicht der König der Löwen. Es ist der König des Dschungels. Und nicht der König der Löwen. Mir wäre der König der Löwen gerade lieber. Aber okay. Ich habe jetzt auch noch ganz vage an das Level erinnern. Aber ich weiß nicht mehr, was wir da tun müssen. Ich habe eh gar keine Ahnung mehr, was wir bei den ganzen Räsen tun müssen, wie man es hier sieht, ne? Naja. Ja. Da ist ein Lagerfeuer. Ding! Oh, ein Affe. Okay. Der hat mal eine komische Zunge gehabt, Affe. Ding! Er beobachtet uns. Er beobachtet uns eindeutig. Zeig, ihn loszuwerden. Zack. Yay! Oh, oh. Jetzt hat er sich einen größeren Felsbrocken geholt. Pass auf! Oh, habt ja nochmal Glück gehabt. Sehr schön. Ja. Da ist unsere Schatztruhe. Und da müssen wir irgendwie hin. Und wie man sieht, die Level werden größer. Nicht kleiner, größer werden sie. Und da ist ein böser Typ. Gut. Start. Wir haben aber hier unbegannst viel Zeit. Deshalb schauen wir uns mal hier alle schön um. Oder schmeißen wir nicht die ganze Zeit jetzt Steine auf uns. Was hat das denn sogar so gewesen? Wir werden es ja sehen, wenn wir gleich schon sterben. So. Gib mal Geld her. So, hier ist schon mal so ein schönes Schachelfieh. Das hätte ich doch schon mal ganz gerne. Aber damit passiert kein Leben. So. Wir nehmen uns mal hier schon mal die Säge mit. Die Füßler-Säge. Und dann gehen wir rüber. So. Oh, oh. Passiert jetzt? Auf jeden Fall ihm gefällt es nicht. Der sieht ganz schön sauer aus. Wenn wir ihm zu nahe kommen, geht er garantiert auf uns los. Allerdings ist er nur ein wildes Tier. Vielleicht können wir ihn irgendwie mit irgendwas vertreiben. Ja. Okay. Okay. Hier gibt es schon mal ein Gitter. Aus Holz. Das können wir ja durchsägen. Oh. Jetzt machen wir hier die schöne. Äh. Durchsägen. Da ist schon durch das Holz. So. Und nochmal hier. Nee, 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 nee. Da fehlt noch eins. Und. Ach komm. Sägen. Sägen. Das erkennt er übrigens die Steuerung. Eigentlich ist die Steuerung, die er erkennt. Guck mal, Boss. Natürlich. So. Dann gehen wir mal hier rein. Oh, oh. Jetzt dreht er sich um. Okay. Er hat sich umgedreht. Wir können hier hochgehen, lustigerweise. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Weil dann kommen wir ja nur bei ihm oben aus. Mal gucken, was passiert. Gucken, Kamera. Okay. Also wenn wir da jetzt hochgehen, sind wir natürlich tot. Der sieht uns dann. Das brauchen wir jetzt gar nicht zu probieren. Also bleiben wir mal lieber unten. Wobei, da war noch ein Stein. Der war kein Stein. Also keinen, den wir hochheben konnten. Wir gehen mal hier unten lang. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir Steine. Es ist so dunkel. Ich kann überhaupt nichts mehr sehen. Also ihr erkennt das. Ihr erkennt das bestimmt auch. Also okay, gut. Ich meine, dann brauchen wir halt eine Lampe. Also wir brauchen eine Art Lampe. Und hier brauchen wir auch irgendwas. Okay. Also wir brauchen eine Lampe und irgendeine Art Loch und Leiter. Was war er denn da eigentlich gerade oben? Er kratzt sich nur den Kopf. Äh. Also wir könnten das Teil da vielleicht holen. Irgendwie, wenn das geht. Äh. Ausprobieren. Kommt. Nehmen wir mal hier wieder die kleinere. Nein. Ich bin jetzt mal wieder die kleinere. Okay. Wir brauchen ein Licht. Äh. Was passiert denn jetzt noch, wenn wir da hochgehen? Vielleicht werden wir doch nicht gleich Matsch gemacht. Obwohl eigentlich schon, ne? Mal gucken, was passiert. Hallo. Wie geht's? Das ist sehr gefährlich nah. Obwohl ich glaube, hier sieht er uns gar nicht, oder? Nö. Das haben wir ja gemerkt. Wir bekommen aber eine Schuppenvase. Und gehen jetzt hier. Wo gehst du hin? Nächst nur nach zum König gehen. Na, als König ist ja nicht, aber. Wurde auch der König der Dschungels, ne? Haben wir auch schon recht. So, jetzt haben wir übrigens eine Schuppenvase. Die können wir benutzen. Und dann kommen wir auf der anderen Seite hoch. Und dann müssen wir mal irgendwie was leuchten. Das sind vielleicht Glühwürmchen oder sowas. Oder Taschenlampe. Vielleicht auch. Keine Ahnung. So, komm, mach hier hin, ne? So, jetzt platziere das mal hier hin. So. Wieso ist das jetzt weggeglitscht? Ne, das ist da oben. Okay. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ähm. Jetzt ist diese Vase da oben. Okay. Aber kannst du die nicht hier hin platzieren? Kann er. Ne, kann er nicht. Hä? Gehen wir jetzt schon wieder auf den Games. Hä? Warum kannst du es nicht da hin platzieren? Nochmal. Und wenn ich einfach so hier hoch sage. Hier, geh mal hoch. Geh doch mal hier. Okay. Ne. Da unten kann er sie hinstellen. Okay. Nehme mal wieder die Vase. Passiert sie mal da vorne. Ach stimmt, ist da vielleicht irgendwas drauf auf der Vase? Ne, man sollte auf der Vase was drauf sein. Ah, wir müssen die umdrehen, ne? War da irgendwas gewesen? So, wir haben die mal umgedreht. Das geht nicht. Na, wir haben ja nur ein Bild umgedreht. Ja, ich weiß, da kommst du nicht hoch, mein Lieber. Deshalb nimm die Vase, die du hast in der Hand. So, geht aber nicht, warum auch immer. Kann ich Feuer, bevor ich sie nehme, irgendwie umdrehen oder so? Oh Mann. Oh, hier ist ja noch was. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ach, hier fehlt aber irgendwas. Ach, hier kommt mir, glaube ich, ne Facke hin oder so? Und da kommt hier ne Säge hin aus Grund XY. Okay, ich hole nochmal die Säge. Oh Mann, ich dachte, ich hätte das jetzt schon gehabt. Ach, meines Verlöme ich mich trotzdem schon wieder. Ach, Mann, oh. So. Ich nehme mal wieder die Säge mit. Da ist ja auch noch was, aber da kommen wir nicht hin. Und da könnten wir jetzt zum... Aber ich glaube, der Topf ist einfach tot. Also gehen wir nicht zum Topf hin. So. Wir nehmen mal die Säge mit. Warum auch nicht, äh, keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir sie ja. Aber das Ding habe ich da gar nicht gesehen vorher. Kann ich da die Säge hin tun? Nein. Nein. Da bin ich. Nein, okay. Dann nehmen wir halt nicht. Boah. Er ist so dumm, ich kann nichts sehen. Ja, super. So, ich kann diesen Topf nehmen. Wieso platziert er den Topf denn nicht richtig? Ah, warte, 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 warte. Wir haben doch am Anfang noch ein Lagerfeuer gehabt. Und wir haben doch Stöcke zerbrochen. Warte mal, warte mal, geh mal zurück. Hallo, geh zurück. Und, ähm, daraus können wir ja eine Fackel machen. Wenn das so geht. Hoffentlich mal. Wenn da noch die Stöcke liegen. Es liegen da noch Stöcke. Ja, da liegt ein Stock, oder? Ja, wir haben einen Stock. Geil. Sehr schön. So. Dann gehen wir hier rüber. Und ins Feuer halten, den Stock. So. Ja, das dürfte reichen, oder? Nee, man muss länger halten, okay. Ja. Ja, wie lange noch? Okay, wir haben, wir haben Feuer. Jetzt haben wir ein Feuer. Jetzt haben wir eine Fackel. Genau. Ja, darauf muss man halt auch drauf achten, was man noch so am Anfang hatte. Hier, das Ding ist auch noch irgendwas. Genau. Ich wollte doch sagen. Was kann ich denn dagegen machen? Äh, weh? Okay. So einen Stock davor halten kann ich nicht. Nein, okay. Ja, gut. Äh, wow. Boah, alter Schwede. Die sind echt fies hier, muss man sagen. Okay, nochmal. Ähm. Das Ding hier. Doch, klar, rüberstülpen. Deshalb ist das Loch nach oben. Man kann ja rüberstülpen bestimmt, über diesen blöden Pustemacher. So, komm. Nein, wieso hast du den Stock jetzt aufgucken? So, und darauf. Und? Nein, nochmal. Ja, du musst rüberstülpen. Ach, geht doch. So, halten wir die Fernbedienung. So, jetzt drehen wir das Ding. Und weiter. Wir drehen das Ding. Ach so, raufgeworfen. Okay. Guck mal, Boss. Ja, wunderbar. So, jetzt nehmen wir uns hier wieder einen Stock. Aber ich muss noch echt nachdenken, das ist echt, in diesem Spiel. Äh, so, dann nehmen wir hier den Stock. Nein, ich möchte nur den Stock benutzen. Hier im Lagerfeuer halten. So, bisschen rein, äh, hier halten. La, la, la. Und wir haben ein Feuer. Wunderbar. So, die Fackel. So, das Ding kann ich nichts mehr tun. Da ist auch noch Gefecht gesetzt. Da ist aber eine große Fackel hier, bei der ich gerade noch kleiner gewesen bin. Das ist doch egal. So, dann können wir hier das, äh, nein, das hast du, okay. Ich dachte gerade, der hat das Ding da reingetan. So, jetzt können wir da nämlich die Fackel reinhalten und wir können da das, äh, Rätsel lösen. So. Okay, äh, Puzzlerätsel, sollte man eigentlich hinkriegen können. Okay, so schon mal nicht. Das muss gedreht werden. Und dann so da rein, auch nicht. Äh, kann ich dann auch irgendwie anders halten? Machen wir erstmal die anderen Teile, irgendwie. Nehmen wir hier dieses Tee. Halten es so rum. Nein, ich möchte es da reinhalten. Dankeschön. Ah, okay, okay, okay. Hat auch was mit oben zu tun. Aber wir sind aber noch nicht fertig hier. Also, war ein falsches Teil, weil ich erst eine Hand halte. Ach, hier gibt es ja auch nur drei. Ah, okay, okay. So, dann das Teil, dann ist dann noch ein Teil und ein anderes Fake. So, dann wollen wir auch noch mal drehen. Boah, das ist ja auch eine Kunst hier mit der Hand. So. Wir haben jetzt alle Steine reingedrückt und es fließt Wasser. Ah, und damit kommen wir da rein. Ah, wunderbar. Guck mal, Boss. Ja, bitte, immer wieder gern. So. Jetzt muss ich noch irgendwas mitnehmen. Ja, ich denke erstmal nicht. Lass ihn mal da hin. Hallo. Schwimm. Schwimm. Danke. Schwimm. Hallo, schwimm. Heute nochmal. So, jetzt geht er hoch. Wir brauchen bestimmt gleich nochmal. Was, da sind Federmäuse? Okay, die machen mir nix, obwohl es vielleicht mit... Ne, wir können kein Feuer mitnehmen über das Wasser hin. Ähm, ja. Wir können jetzt hier hoch. Oder auch nicht. Okay. Hm. Ähm. Was gibt's denn hier sonst noch? Wir haben ja noch eine Säge, ne? Da, kann ich irgendwas mit der machen. Aha. Ah, einen Regenschirm jetzt. Einen Flederschirm. Auch gut. Ähm. Ähm. Nein, nein, nein. Nicht runterfallen, mein Lieber. Ja, sonst ruhig, mein Lieber. Können wir den Flederschirm hier verwenden? Irgendwie. Okay, jetzt habe ich ihn aufgetan. Macht nix. Okay. Okay. Ähm. Was mache ich denn jetzt mit nem Flederschirm? Da geht's nicht hoch. Boah, da geht's ja auch nicht hoch. Also ich habe jetzt einen Flederschirm. Okay. Komm, geh hoch. Nicht festpacken. Hochgehen. Dankeschön. Oder außer, guck mal, Feuer ist ausgegangen. Interessant. Was macht der da oben jetzt eigentlich? Der macht doch gar die ganze Zeit was. Aha. Ne, gar nichts macht der. Ähm. Also. Wenn wir da jetzt hingehen, der wird uns ja töten. Obwohl wir auch einen Flederschirm haben. Vielleicht könnte man... Also Feuer kommen wir hier nicht durch. Ja, wir können vielleicht nochmal die Kittensäge nehmen. Äh. Und die Füßler Säge. Und vielleicht mal das Ding dann durchschneiden. Vielleicht. Mal gucken. Was passiert. Ich nehme mal die Füßler Säge. Komm, runter. Tauchen. 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 So, genau. Komm. Komm. Genau. Weil ich meine, die Objekte haben ja mal mehrere Bedeutungen im Level. Also müssen immer nur eine Aufgabe haben. So. Aber man kann ja auch nichts machen dran, ne? Stimmt, man kann ja gar nichts dran machen. Das ist ja nicht auswählbar. Äh. Aber was mache ich denn jetzt mit einer, äh. Mit, 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 na. Fledermaus Säge. Also wir haben hier vorne das Feuer. Aber ich mich jetzt nicht... Aber was... Hm. Hm. Aber vielleicht mal mit Feuer zudem da hochgehen. So als Gefahr. Ich bin eine Gefahr. Vielleicht das nochmal ausprobieren. Das ist wie in so... Weil Tiere mögen ja kein Feuer. Beziehungsweise haben wir mal Angst davor. Vielleicht machen wir das mal noch. Und ich überziehe die Parts mal ganz schön. Das ist eigentlich nicht gut. Aber ich dachte, wir kriegen halt jetzt hier eigentlich noch hinten den Part. Und ich meine, bei so einem Boss möchte ich jetzt mal nicht unbedingt auch cutten, ne? Obwohl ihr vielleicht schon längst die Lösung habt. Beziehungsweise euch die Lösung rausgesucht habt aus dem Hinterherd. Oder selber mitdenkt. Äh. Und dann ihr denkt, boah, Nico, du bist voll bescheuert. Natürlich geht das so. Mach einfach so und das und das. Ne? Aber ich weiß es halt gerade nicht. Ne? Und ich stelle mich bei dem Spiel derzeit auch echt ein bisschen doof an. Woher liegt daran, dass die Rätsel halt echt ein bisschen... Man muss halt doch ein bisschen nachdenken. So. Okay. Jetzt haben wir eine Fackel. Wann möchte ich jetzt wirklich zu dem König hin? Ja, warum nicht, ne? Ich mach es. Oh, bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Nein. Ja, komm hoch da. So, mein Lieber. Magst du Feuer? Ha! Wusste ich es doch. Der mag kein Feuer. Perfekt. Ey, lass die Schatztur hier. So, der mag kein Feuer. Wunderbar. So, die Fackel kann ich eigentlich wegwerfen. Braucht man jetzt erstmal nicht. So. Jetzt noch die Frage, was macht er? Ah, jetzt ist er da hinten. Okay. Ich glaube, dafür brauchen wir jetzt hier noch den, äh... Äh, den, 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 ne? Genau. Ah, ja, ja, ja. Ich weiß wieder wie. Dafür werden wir jetzt nicht gleich nochmal... Äh, wir müssen gleich nochmal runter, leider, die Dings holen. So, vorher holen wir hier noch ein bisschen Geld. Hol das Geld. So, Geld holen. Oder antippen. Wie man es möchte. So. Jetzt brauchen wir nochmal hier die Dings. Äh, leider habe ich die nicht unten gelassen. Aber okay, müssen wir halt nochmal holen. So. Mal gucken, ob das Auto... Okay, der geht auch automatisch hin. Das ist ja schön. Man kann das Spiel auch so spielen. Nur ist das halt ein bisschen, naja, nicht so schön, muss man ja mal sagen, ne? So, jetzt gehen wir da hin. Weil der Regenschirm, beziehungsweise der hier, der hat ja hier so einen schönen Haken. Und dann können wir uns auch hier wunderbar gleich so runtergleiten. Lassen uns zur Truhe hin. Das dürfte doch eigentlich gehen, oder nicht, ne? So. Jetzt warten wir nochmal kurz, bis er da ist. La 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 la. Hier können wir schon mal wieder zurückdrücken. So. Und wir sind da. Das ist ja immer noch hinter... Warte mal, eine Sache will ich noch kurz gucken. Kann man hier hintergehen eigentlich? Weil jetzt so aus, wenn man dahinter gehen kann, kann man nicht. Okay, gut. Ähm, so. Ne, umdrehen wir lieber. Umdrehen, genau. Einmal kann man Objekte umdrehen, darf ich auch nicht vergessen. So. Und jetzt ranhalten. Und der Spaß beginnt. Yay. Au. Aber. Wir sind auf der anderen Seite. Er hat uns nicht bemerkt. Und hier ist die Truhe. Und mehr wollen wir doch gar nicht. Oh. Oh, jetzt hat er uns bemerkt. Oh. Aber. Oh. Äh. Okay. Äh. Truhe. Äh. Schirm. Wo ist der Schirm? Da ist der Schirm. Ja, schön, dass du den Schirm hast. Bin's tot, ne? Nicht tot, aber muss dazu. Ich bin tot. Geil. Sehr schön. Ähm. Wieder erwecken. Dankeschön. Was wäre jetzt sonst unfair? Warte mal. Ich hätte den Schirm noch mitnehmen müssen. Ja, ja. Aber ich zeige noch eine Chance. Genau. Ich muss den Schirm mitnehmen. Die sind echt fies. Ah, und bevor wir, äh, kann ich den Schirm nochmal umdrehen vorher? Kann ich nicht. Okay, doof. So, und dann, wenn ich da ran will, dann, also hier, Glocke, ne? So, dann ist der Böse. Dann nehmen wir den Schirm. Dann, ne, der war schon richtig umgedreht. Ne, der war nicht umgedreht. Ne, der war richtig umgedreht. Oh, jetzt zwei. Oh, dankeschön. Oh, danke schön. Und wir gleiten dahin. Oh, schön. Ja, und der andere ist runtergefallen. Boah, aber gut, ob wir ein Ticket hatten. Ich hätte das echt noch mal gerne als neu gespielt. Und das ist dann halt echt ärgerlich, wenn man solche Stellen vergisst, beziehungsweise nicht schön vergisst mitzunehmen. Kannst du mal das Gemüse rausnehmen? Dankeschön. Ist das hier noch irgendwas Schönes? Nö. 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 Gut, dann holen wir uns den Schatz. Und dann geht es wieder zurück zum Hauptquartier. Ach, wunderschön. Und wir bekommen von dem guten Barbaross. Eine Karte. Ach, wir kriegen eine Karte. Stimmt. Wir kriegen ja gar keinen Teil. Sondern wir bekommen eine Karte. Und noch eine schöne Sequenz. Ehe, sieht aus, als wären wir dem sang und brummenden Schiff einen Schritt näher gekommen. Einfach fantastisch großer. Eine beeindruckende Vorstellung von echten Piratenwut. Oh, oh, Goblins. Oh, jetzt müssen wir aber wegrennen. Schnell weg. Oh, oh, oh. Oh, da werden wir nicht runterfallen. Tja, diesmal sind wir ein ganz gewaltiges Risiko eingegangen. Oh, was man dir alles zu antun wird. Zack. Ich mag es gar nicht hinsehen. Mir wird natürlich nichts passieren. Schließlich kann ich einfach wegfliegen. Ja. Tja, und wir? Ahoi, Jungs. Ich habe uns eine süße kleine Kiste besorgt. Da dürfte wohl Jimmy sein dürfte. War Jimmy gewesen? Auf jeden Fall war die Stimme. Kommt schon, sprengt. Ja. Johnny, ne, Johnny hieß er. Johnny Style. Danke für die Schätze, Leute. Bis dann. Ciao. Oh, schön. Die Dschungelruine. Der König des Dschungels. Der Sammeltisch-Hetze. Oh, ja. Wir haben keine Orachelpuppen verwendet, aber ein Platin-Ticket. Oh, das gibt es. Punktabzug, aber so davon. Aber mussten wir machen. Und wir sind jetzt schon im Meer gesucht. Nämlich ein normaler Piraten Geselle. Und die Bilder werden echt immer interessanter. Schön. Ach, wunderbar. Sehr schön. Ladevorgang läuft. Ähm. Ja, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde. Nö, ist das nicht schön. Für einen Part. Ja, ich freue mich. So. Ach gut. Es kommt noch keines, wie du schon kennst. Das ist sehr gut. Ja, Leute. Äh, was es dann mit der Schatzkarte Aufsicht hat, die wir gefunden haben. Da sehen wir dann im nächsten Part von Zack und Vicky. Der Schatz von Barbaros. Ich hoffe, diesen Part hat euch sehr gefallen. Die, die anderen davor auch. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Mit Zack und Vicky. Und bis dann. Seid schau. Euer Nenjoshi. Dendo.